Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Melix. Und wieso habe ich eigentlich kein Textureback drin? So, sieht schon viel besser aus. Und heute haben wir einen Special Guest dabei, nämlich Jonas. Jonas? Hi. Okay, ähm, wir spielen jetzt erstmal eine Runde Skywars. Und dieser Spielmodus Skywars ist eigentlich schon seine Milliarde da und ich bin schade, dass es diese Bäume im App nicht mehr gibt. Auf jeden Fall mal an der Stelle. Danke dafür, Eblali. Danke dafür, Eblali. Okay, die Runde geht los und dann nochmal. Danke dafür, Eblali. Ups, jetzt bin ich wohl in der Maler 1-Runde reingegangen. Lebst du noch? Ja. Okay, krasser Boy. So. Hier, ein Schwert. Hoffentlich reißen wir was mit unseren Legs, weil es leckt wirklich übertrieben. Ich hoffe, ich kriege das bis nächstes Mal hin, aber mein Actionprogramm... Oh, ich nehme nur noch eine Heat Potion. Egal, wir bauen uns mal zu diesem Gegner rüber. Können wir mit unseren Run-Stack reinsetzen? Ja, den kennen wir eins. Ich bin runtergefallen. An der Stelle mal. Danke dafür, Eblali. Und das sind wir auch schon in der nächsten Runde. Und diesmal ist es dann mal zwei Runde. Da kann Jonas auch bei uns im Team sein. Genau. Hey. Okay, fasch das Team. Wir werden alles reißen, nicht. Tom's Topic. Wo ist hier bitte Tom's Topic? Äh, kann gar nicht sein, weil kein Premium drin ist an Tom's Topic. Premium Plus. Logisch, kommt er unter die Treppe. Nein! So, ich hole mir die Chest hier. Oh, da ist gutes Equip drin. Equip. Equip. Und in die Mitte, hui. Boah, botz. Beep. Und bam, bam, bam. Wieso sage ich eigentlich die ganze Zeit bam? Egal, bam, bam, bam. Oh, wir haben eine Deerchest. Das ist mal richtig fresh. Ah, hi. Warte, machen wir einen M.G. in mein Wasser reinmachen. Und? Du hast ihn geschafft. Danke dafür, Eblali. Da vorne, da ist einer. Ich eier den runter. Bam, 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 bam. Ich habe mich getroffen. Hier, du kriegst ein Steak. Bip, 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 bip. Wieso sind die denn alles so hoch? Ich esse den Goldapfel. Und dann gehe ich auf die Trafen, kill die alle. Bam, bam. Dann gibt es Schlägerei. Bam, bam. Bam, hab einen Kill. Was sagst du dazu? Danke dafür, Eblali. Genau, richtige Entstellung. Nur das Problem ist... Es leckt. Achtung, du wirst angegriffen. Ah. Nein. I'll help you. Bist du tot? Ah. Ja. Ich räche dich. Bam, 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 bam. Meleks regelt das. Er hat einen von MLG nach unten gewonnen. Nein, der hat einfach abgestaubt. So war es da eiskalt. Es ist richtig eiskalt. So. MLG geschafft. Danke dafür, Eblali. Du bist tot nur wegen Eblali. Nimm das, Eblali. Ein Steve. So. Ein Steve, der Kobo absetzen kann. Gibt es auch heute nicht so oft. Wegen den Lags werde ich sterben. Oder auch nicht. Oder ich werde gewinnen wegen den Lags. Weil ich damit bessere Hits geben kann. Oder auch nicht. Alles ist so ein hässlicher Spinnen-Kid. Ich wollte gerade sagen, dieses Mal kriegst du mich nicht. Aber doch. Er muss mich ja kriegen. So. Oh mein Gott. Jetzt bin ich da. Außer er geht in meine Lava. Ich gebe einfach gediegen. Ups. Eine Enderperle habe ich da wohl. Hat die getroffen? Ja. Danke dafür, Eblali. Und Lava. Als ob er nicht reingeht. Der hat doch Hex an, oder? Wir können den wieder basteln wie im letzten Video. Oh, hä? Habt ihr das gesehen? Er war nicht in der Lava. Dieses Mal basteln wir ihn. Und dieses Mal hackt er wirklich. Und das Mal hackt er wirklich. Okay. Dann geht die Runde auch schon wieder weiter. Und dann, ja, hier ein paar Blöcke. Ähm, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte erstmal Danke dafür, Eblali Sangen. und ich wollte dich rächen. Deswegen baue ich hier ein Kreuz. West in Peace. West in Peace random. Okay, was ist der letzte Gegner? Den holen wir uns jetzt mit unserem Monster-Künsten. Die sollen Angst vor mir haben. Und ich tue so, als hätte ich keine Eier. Also, die hier. Und dann mache ich und schieße sie weg und und dann sage ich Danke dafür, Lalli. So, wir sind jetzt fast über den. Ah, die wollen sich hochbauen. Ich kenne deren Taktik. Der ich bin. Pokémon-Trainer Pikachu. Es gibt keinen Trainer, der Pikachu heißt. Egal. Nein. Ich Ketchup. Heißt ja zufällig Ketchup-Mountain. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Genau. Halt einfach dein Maul. Oh! 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 Er wollte in einen Blocker-Malchie kommen. Das nennt man einen Caller-Malchie. Ja, aber vorher wolltest du einen Blocker-Malchie machen. Ja, aber vorher wolltest du einen Blocker-Malchie machen. Aber ich dachte, ich habe keinen Caller-Malchie. Aber ich dachte, ich habe keinen Caller-Malchie. Oh! Oh! So schlecht! Sie sagt, wir werden sie in das Feuer rein. Dumm! Bam! Korb gesetzt. Bibi-Fone. 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 Die sind dann zu zweit. Ich kann nicht gegen die... Nö. Ja. Warte mal. Mach halt ihn. Zwei versus eins. Ja, keine Eier. At all. Ihr oder wer? Es kommt wer. Es kommt wer. Oh. Fuck. Der eine ist runtergekommen. Einer ist weg? Ja. Einer ist runtergekommen. War das der mit der Rod? Äh... Nee. Fuck. Oder? Ich hoffe mal, dass das der mit der Rod war. Oder? Was? Bleib mal hier. Ja, ich glaube, der hat keine... Lack HD. Lake HD heißt der. Oh, da gibt er mir die Kombo. Da meint der das Boss. Oha, die hecken doch alle richtig rein. Und? Ja. Es hat geleckt. Es lebt noch jemand. Es lebt noch zwei. Ich habe gemeint, es wird jetzt der Endfall. Dann habe ich mich schon voll gefreut. Okay. Einer ist der Mitte. Einer ist der Mitte? Der hat nur Goldrüstung. Das ist jetzt mein Kill, ne? Nicht der von dem anderen Typen da. Wie wäre es, wenn ich mir dann noch Schneeballen zum Übertar mache? So, bam, bam. Dann... Er kommt, der kommt. Wer? Der Gold, ne? Den Kling, den hast du vollstisch aus. So. Schlecht. Fuck, ich bin aber auch lowlife. Ja, dann ist halt was. Will ich jetzt? Ja, du hast dir die Diarrüste und alles liegen lassen. Der ist doch egal. Ja, er kann's dir jetzt nicht mehr. Aber er ist... Da oben ist doch keiner. Ja, der war's nur... Ja, der ist nicht... Da oben. Na, nicht... Nicht oben. Andere Seite. Da drüben. Ja. Ja, dann kann ich auch nichts machen. Jetzt geht er nach oben. Soll ich mir den jetzt holen? Ja, ich hol mir den einfach. Ja. Fuck. Okay, jetzt ist er in der Mitte. Ich bin gerade im Fight. Ist er wer? Du legst mir HP. HP, das nennt man Herzen. Jetzt komm her, komm her. Ja. Nein. 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 Drübergeschmissen, oder? Hat er drübergeschmissen? Ja. Ja. So, jetzt nur noch einer. Und wo ist der? Da. Da. Oh. Dübi, dübi, dü, 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 dü. Er sneckt. Er sneckt. Ich finde den schon. Da oben. Jetzt siehst du. Er hat eine Angle. Hauptsache, ich habe den Kill. Danke dafür, Blali. Oh, jetzt hat seine Angle leider versorgt. Hm. Jetzt muss er sich gleich eincampen. Er hat mich schon eingekampen. Hat er wieder zugebaut? Ja. Ja, halt. Da. Okay. Runter, runter, runter. Links, links. Ich hoffe, ob ich eine Pickaxe habe. Da ist er. Er hat aufgemacht. Er will mich wahrscheinlich raus schlagen. Er schaut. Er schaut zu dir. Jetzt kommt er. Er gibt da. Oh, die Lava war's. Hat sie den... Wie soll ich da jetzt reinkommen? Ja. Wo ist der? Hat sich der hochgebaut? Ja. Bau dich da durch. Also unten. Also, bau dich einfach von oben. Unten. Aber jetzt ist er auch eine Pickaxe. Wo ist der jetzt? Er erzählt da unten. Ich bin jetzt eigentlich bei ihm. Warte. Wissen Sie? Und der keine sichere Position in der Nähe von Exist. Viele befinden sich in der Koordination. X minus 8. Der sagt. 4. Ja, die geht. Bam. Gewonnen. Tch, tch, tch. Please learn to win. Hashtag cokessel.de Und daran geht ein richtiges, fettes Danke dafür, Blarly. 8 21 21 21